Gut. Ich, Josef Clavigo, bekenne, dass nachdem ich in dem Hause Ghibert freundschaftlich aufgenommen worden, ich Mademoiselle von Beaumaché durch hundertfältig wiederholte Heiratsversprechen betrogen habe. Ich habe sie verlassen, ohne dass irgendein Fehler oder Schwachheit von ihrer Seite dies veranlasst hätte. Im Gegenteil ist die Aufführung dieses Frauenzimmers immer rein, untadelig und aller Ehrfurcht würdig gewesen. Ich bekenne, dass ich durch mein Betragen, den Leichtsinn meiner Reden, öffentlich dieses tugendhafte Frauenzimmer erniedrigt habe, worum ich sie um Vergebung bitte. Dieses Zeugnis gebe ich umgezwungen, mit dem besonderen Versprechen, dass, wenn diese Satisfaktion der Beleidigten nicht ausreichend sein sollte, ich bereit bin, sie auf alle andere erforderliche Weise zu geben. Ja.